Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 10. Etappe des Saarland Rundwanderwegs. Start ist Güteswerder und Ziel ist Fürth. Wenn ihr wissen wollt, wie diese etwa 18 Kilometer lange Strecke so ist, dann bleibt dran. Eiger Moje, heil ist unser letzter da im St. Wendler Land. Eiger Moje. Eiger Moje End Okay. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zitzen noch etwa zwei kilometer dann sind wir auch schon wieder am ziel die tour war richtig klasse vor allem wegen den weiten ausblicken weit ins sankt wendler land das war richtig top daumen hoch dafür wenn euch dieses video auch gefallen hat würden wir uns über kommentare sowie über einen daumen hoch sehr freuen also bis dann tschau tschau alle tschüss tschau und bis nächste woche abone ol abone ol abone ol Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir... Aber er hat sie gedenkt, er hat immer Auto mit D Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel Landschaftlich hat uns diese Tour wieder richtig gut gefallen Und Sarah muss lachen, weil ich Auto mit D immer sage Eigentlich eher, weil du das Wort Auto durch Ziel ersetzt hast Weil du mit dem Auto nicht mit D sagst Dies sind wir auch schon wieder am Anfang